Pietro Lombardi sieht sich nach einem Polizeieinsatz wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt mit schweren Vorwürfen konfrontiert, die von seinem Anwalt bestritten werden. Trotz der negativen Schlagzeilen stehen seine Eltern hinter ihm.Vorwurf zu häuslicher Gewalt, am 7. Oktober 2024 kam es zu einem Polizeieinsatz im Hause von Pietro Lombardi, nachdem seine Verlobte Laura Maria Rüpper nach einem heftigen Streit die Polizei alarmiert hatte. Punkt Laura wurde daraufhin mit dem gemeinsamen Baby in die Uniklinik Köln gebracht und hat daraufhin gegen Pietro Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Punkt Der Verdacht auf häusliche Gewalt steht weiterhin im Raum, doch Lombardis Anwalt bestreitet jegliche Gewaltanwendung. Aktuell darf sich der Sänger seiner Verlobten und dem gemeinsamen Zuhause nicht nähern. Giovanni und Nicole Lombardi stehen hinter ihrem Sohn, trotz der jüngsten Schlagzeilen um Gewaltverwürfe und einem Polizeieinsatz in Pietros Kölner Villa steht seine Mutter Nicole unangeschränkt hinter ihm. Punkt Als sie von Bild auf die Vorfälle angesprochen wurde, stellte sie klar, ich stehe zu meinem Sohn. Diese familiäre Unterstützung kommt nicht überraschend, obwohl es in der Vergangenheit durchaus Spannungen gab. Punkt Besonders während Pietros Ehe mit Ex-Frau Sarah Engels, mit der er Sohn Alessio hat, soll das Verhältnis zwischen ihm und seinen Eltern schwierig gewesen sein. Punkt Doch jetzt, nach der Geburt von Pietros zweitem Kind mit seiner neuen Partnerin Laura Maria Röpa, sind seine Eltern wieder seiner größte Stütze. Unverständnis über Medienberichte, die aktuellen Medienberichte, die von einem angeblichen Kontaktverbot und möglichen Spielproblemen Pietros sprechen, haben Nicole ebenfalls wütend gemacht. Punkt Sie wundert sich darüber, wie private Angelegenheiten plötzlich an die Öffentlichkeit gelangen können, es ist schon seltsam, wenn man sagt, alles bleibt geheim, und dann steht alles in der Zeitung. Woher kommt das alles? Fragte sie verärgert. Trotz der negativen Schlagzeilen betonte sie, dass der Kontakt zur Familie weiterhin gut sei. Familienkonflikte mit Lauras Eltern, Nicole Lombardi äußerte sich auch zu den Berichten, dass Lauras Mutter ihrer Tochter geraten haben soll, die Beziehung zu Pietro zu beenden. Punkt Wenn Lauras Eltern meinen, sie müssen Ratschläge geben, dann sollen sie das tun, sagt Nicole. Punkt Sie selbst handhabe es anders, wir besprechen Dinge nur innerhalb der Familie, und zwar direkt mit Pietro. Diese klare Haltung unterstreicht den familiären Zusammenhalt der Lombardis.